Auf einer sonnigen Lichtung mitten im Waldmeer des Nationalpark Kalkalpen liegt das Nationalpark Wildniscamp. Die Oase in der Wildnis ist nur zu Fuß in etwa einer Stunde Gehzeit vom Hengspass aus erreichbar und ein idealer Ort für eine besondere Zeit inmitten der Natur. Nationalpark Ranger und Wildnispädagogen bieten spannende Programme für große und kleine Abenteurer, entdecke wie man Feuer macht, ähnlich wie unsere Vorfahren und wie man mit einfachsten Mitteln praktische Gegenstände herstellt. Bei unseren Streifzügen rund ums Camp begeben wir uns auch auf die Suche nach den Bewohnern des Waldes, die ihre Anwesenheit durch Spuren und Pferden verraten. Es ist viel super, weil man da wirklich im Umfeld vom Wildniscamp so viel entdecken kann. Vor zehn Minuten hat ein Kind da ein Gams Haupt gefangen und das zweite Kind ist dann nach 50 Metern fast über die Abwurfstange drüber gestolpert. Ein besonderes Erlebnis ist das gemeinsame Kochen am Lagerfeuer. Im Freien schmeckt es einfach am besten. Großen Wert wird dabei auf regional und vital gelegt. Alle Lebensmittel werden von der Villa Sonnwend Nationalpark Lodge angeliefert, die mit dem österreichischen Umweltzeichen prämiert wurde. Das Nationalpark Wildniscamp ist komfortabel ausgestattet und bietet Platz für 33 Personen in Mehrbettzimmern. Bettwäsche ist vorhanden. In der Schlafhütte befinden sich außerdem zwei Sanitärbereiche mit Duschen, WC und ein Trockenraum. In der Wohnhütte sind zwei gemütliche Stuben mit Kachelofen eingerichtet und eine Küche mit Holzherd. Beim Abwasch helfen alle zusammen. Das Nationalpark Wildniscamp ist der ideale Stützpunkt für mehrtägige Naturerlebnisprogramme mit Nationalparkrangers, die als Gruppe auch individuell buchbar sind. Das Camp ist zudem bestens ausgestattet für Seminare, Workshops und Schulgruppen. Im Dachgeschoss befindet sich ein großzügiger Gruppenraum. Mir taugt da am Nationalpark Wildniscamp einerseits die Umgebung, die Natur, die wir da vorfinden und andererseits das Teamerlebnis, wenn ich mit Gruppen da bin. Wir müssen vom Betten machen bis zum Abwaschen, vom Kochen bis zum Putzen eigentlich auch alles selber machen. Uns taugt es da irrsinnig und ich glaube zum Arbeiten ist ideal. Also was mir besonders gefällt da am Wildniscamp ist, dass wir wirklich ein Stück weg sind von der Zivilisation und auch schauen, dass wir jeden Tag mindestens einmal ein Feierl machen und am Feuer kochen. Wir sehen jetzt, die dann da Löffel brennen, das taugt ihnen viel. Also das sieht man, dass es ihnen taugt. Alle Details zum Nationalpark Wildniscamp und das Programmangebot gibt's auf www.wildniscamp.at und in der Villa Sonnwend Nationalparklodge.